Hallo und ein herzliches Willkommen zu New World. Der Oro ist auch wie immer mit am Start hier. Hallo. Der wuselt hier auch durch die Gegend. Und wir machen jetzt die Aufgabe Verderbter Schlamm. Es geht weiter hier mit den Aufgaben. Jetzt mal gucken. Wie wir das hier meistern oder auch nicht. Ey, das sollt mal hin. Okay. Ah, okay, interessant. So, geht's hier weiter. Oh, hier ist ein Bruch zumal. So. Keine Ahnung. Ah, da sind ja Kisten-Eier. Cool, okay. Mal auch gleich nachschauen, was es da drin gibt. Immer schön alles mitnehmen. So ist es. Auch wenn es ab und zu nervig ist, aber was man hat, hat man. So. So ist es. Perfekt. Ist ja Anke Schle drinne. Ne, schade. Ich soll schon sagen, dem Schlamm will ich eigentlich jetzt nicht so rumwuseln, aber mhm. Ey. So. Sechs von acht. Perfekt. Jetzt müssen wir... Gucken wir hier noch ins Häusle rein. Hat aber auch... Ne, hat auch nichts. Aber da... Oh, da ist einer. Oh, ich muss hier ein bisschen aufpassen. Du kriegst ja Schaden, wenn du da die dauerhaft bist im Schlamm. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen. Hm. Ja gut, heißt ja nicht umsonst Schlamm, der Verderbnis, ne? Hätte ich mir ja eigentlich auch denken können, aber so ist das. So, dann haben wir die Aufgabe auch schon erledigt. Gucken wir mal, wo wir es da abgeben müssen. Oh, da vorne ist der Hanf. Ich muss auch noch mitnehmen. Ne, komm. Der tut den gerade einsammeln, dann nehmen wir das dem jetzt nicht weg. Das wäre Assi. So. Genau, jetzt laufen wir zurück. Upsi. Zu Windkreis. Und dann machen wir die hier oben. Die heften wir mal an. Ich hab's ja jetzt markiert. Die aktuelle, wo markiert ist. Kein bloßer Warnschuss vor der Brück? Ja, genau. Gut, die hab ich auch. Ach was, perfekt. Das ist ja auch perfekt. Ich bin jetzt auch auf dem Weg. Ich springe kurz bei Windkreis vorbei und dann laufe ich auch direkt hin. Ja. Ich könnte eigentlich auch diesen Syndikats aufstellen. Ich muss ja auch auf dem Weg, der Stieg heute noch machen. Der ist ja auch, glaub da oben. In Lichtholz ist das. Ja. Das ist ja das, was wir eigentlich machen wollten, aber ich ja erst Level 20 sein muss. Genau. Das ist ja das, was wir eigentlich machen. Ich bin mal gespannt, ob Level 60 wirklich das Cap ist. Ja, nee, dass es das wirklich ist, ja, aber dass es auch wirklich bleibt. Oder ob die sagen, die erweitern noch was oder so. Das könnte ich mir halt auch gut vorstellen, weißt. Es gab ja genug andere Spiele, die das auch schon so der Fall war. Hm. So, jetzt ist es mal, ich muss jetzt mal gucken. So, dann sind wir gleich im Windkreis wieder. Da vorne ist es schon. So, dann sind wir gleich im Windkreis wieder. Das hat sie jetzt gerade nicht gehört. Der gute Tee bei uns ist jetzt echt kalt geworden. Obwohl heute ist wieder ein schöner Tag, muss man sagen. Aber heute Morgen war es doch schon ordentlich. Hexer-Jäger-Stulpen. 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 So, dann kann ich mal hier einen Tapetenwechsel machen und in Immerfall die eine Angler-Quest noch abgeben und dann mal gucken, ob ich den Syndikalsaufstieg mal mache. Mal gucken, dass wir auch nicht immer nur an einem Fleck sind. Gehört zwar auch dazu, aber Tapetenwechsel schauen wir mal gut. So, jetzt laufen wir mal zur Nummer 1. Hexer-Stulpen. 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 Dann kommt der Nummer 2. Oh ja, das wird schon noch bei mir in den Lärm. So. Dann warte ich kurz. Ich bleib stande. Da kommt der angeflitzte Ohre. Ja komm da. Wie das aussieht. So. Halt. Achso, willst du mir was überreichen, oder was? Ja. Ja, aber hoffentlich nicht so, dass ich wieder... Ja. Ach ja, jetzt aber. Ich bin schon einmal bei dir, glaube ich, alles aufschossen. Dankeschön. Äh, ja, jetzt. Okay, das andere zerlegen. Genau. Äh, zerlegen. So, jetzt aber los hier. Oh, hier sind wieder Preiselbeeren. Oh, es tut mir echt leid, Leute, aber ich muss das mitnehmen. Oh, nee, da kommt so ein dunkles, dunkles, dunkles Ding. Ich muss außen rumlaufen. Ich mag das nicht. Ich finde das gruselig. Ich gucke mal, schön, welches Level. Äh, 25, da könntest du eigentlich mit. Mit 20? Ja. Okay. Kann ich auch fallen Bogen, ja, oder? Kann ich auch nehmen, ja. Ah ja, okay. Ich war eine sehr große Hüfte. Oh, weg, 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 weg. Die tun weh. Oh, da ist es eine Kiste gegeben, hm? Ja. Ich gucke, die kannst du mal ins Inventar und einfach doppelt nicht so. Langschwert der Verderbnis. Oh, oh. Kannst du aber wahrscheinlich noch nicht nehmen. Weiß ich nicht, wo sehe ich denn das? Stufe 25. Voraussetzung Stufe 20. Okay, dann könntest du, wenn das besser ist, dann ausrüsten. Ja, das ist immer einiges besser. Ich muss das andere wieder zerlegen. Gut. Jetzt, ach, die spawnen so random, oder wie? Ja, genau. Das musst du auch nachher ein paar Mal machen. Ganz sehr gut deine Waffen und so leveln. Okay. Ja, das glaube ich, das glaube ich. Hier steht da so ein Ding. Da? Nee. Ja, das ist der Große. Aber das machen wir jetzt nicht. Nee, das machen wir nicht. Es sei denn, da sind schon welche. Nee. Gut, dann einfach vorbeilaufen. Wobei da ist einer. Da schlagen schon welche da unten. Könnte man eigentlich mitnehmen. Worauf muss man denn einschlagen? Auf den. Mhm. Da gibt es verschiedene Varianten von denen. Ich halte mich halt eher im Hintergrund aus. Ja, da muss ich aber mit draufschlagen, weil das... Ich tue mit feinen Bogen. Das hat vorhin auch geholfen. Okay, das ist gut. Aua, aua, aua. Oh, schließe. Der tut weh. Oh. Uh. Oh. 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 Wow, hier ist ein ganz schönes Gmeißel jetzt. Mhm. Luchse muss ich auch noch töten, da habe ich auch noch irgendeine kleine Aufgabe. Ja. Hier ist Ohr, ne? Weg, weg, oh ja. Der macht exklusiven Schlagen. Verbrennt doch. Lennox, lass es doch. Toll. Hey, da niemand. Wir sind alle wieder vorm Bildschirm wach. Ja. Ja. Das dauert mir auch zu lang. Das dauert mir auch zu lang. So, jetzt kommt ich glaube nur noch raus oder ist fertig. Nee, fett. Hast du Loot bekommen? Nö. Oder warst du zu weit weg? Ja. Ja, ich habe ja gesagt, ich gehe raus, weil, ähm, ich glaube jetzt da hinten. Leute, das habt ihr nicht gesehen, aber Haas brauche ich auch. Ja. Ja. So, aber wie wir die Aufgabe zusammen machen, das seht ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin, viel Spaß beim Schauen. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.